Der FUGI-Radierer besteht aus Melaminharzschaum und ist optimal für die Reinigung von Gartenmöbeln, Schreibtischen, Fliesen, PVC-Belegen, Feinsteinzeugfliesen und Glas geeignet. Auch dunkle Striche von Schuhsohlen bekommt man damit leicht von Bodenbelägen weg. Ebenso rasch werden mit dem FUGI-Radierer Edelstahloberflächen oder Alufelgen sauber. Der FUGI-Radierer bricht durch die Reibebewegungen den Schmutz auf und löst ihn aus dem verschmutzten Material, ohne Kratzer oder Schleifspuren zu hinterlassen. Sie brauchen auch keine Chemie einzusetzen, denn der FUGI-Radierer reinigt einfach und materialschonend mit.